Meine Damen und Herren, Ringrichter Karl-Heinz Pipulitzki bittet auf Vorstellung, hier bei Boxen. So, jetzt wird's schwer. In der Gewichtsklasse, 91 Kilogramm der Männer, steht sich gegenüber. Rote Ecke, Mohamed Bilahun von Essen Stele, Box gegen Orkan, Luka-Holstein Krippen, in der Nacht gegen 3x3 Minuten. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1 Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Die Kirche ist ein ganzes Wettbewerb. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Ich hab die Nights. kämpft man ein König, natürlich ist er aus Mühlein. Orkan Höker bestreitet heute seinen zweiten Kampf. Betreut wird er von Abi Gultari. Rundfrei Runde 3 3. 1. 1. Da, da, da! Applaus 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR